So, wir sind ja gerade bei uns im Stadelhof. Wir arbeiten gerade an unserem alten Haus. Es wird gerade händisch abgetragen. Zu Gast sind die Green Riders. Ja, und Ziegel für Ziegel wird heruntergenommen. Da haben wir die Julie von den Green Riders, die das Ganze organisiert. Und da sieht man eben, da werden Ziegel vorbereitet als Dachsubstrat, Ziegel gereinigt, die Mauern abgetragen. Ja, und da sehen wir ja noch, da wird auch eine Mauer abgetragen. Da geht es runter in den Keller. Ja, alle guter Laune. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Unfallfrei. Ja, und da sehen wir ja noch die Altbaustoffe, das Holz. Nein, nicht. Amen. N票frei. Jelf�. N票frei.